Servus und das ist morgen wieder zurück bei Supernauticore Burscht gequetscht Das blöde Seil ist immer noch hier unterwegs Das muss noch sein, das blöde Seil Na ja... Irgendwann Wo gehen die Dinger jetzt hin? Das weiß wieder keiner Hier war da irgendwo Leviathan Oder so, kann das sein? Irgendwie Sehen wir auf der anderen Seite Hier musst du wirklich noch vor dem Leviathan rum gucken Äh, wieder dritte Brände bis hinten Ah, hier ist zum Beispiel das Frag Und hier wo das Frag ist, guckt ist ein Leviathan rum Das heißt Das ist gerade so ein Arschlochhingel Das sind die Luft gesprengt Die sind ganz glatt oder was? Wir kommen ja immer hinsherum Eine Seferd die ist wässlich Eine Seferd ist schön Schüppi, du und Schüppi da So, will ich da bleiben Gut das nicht waldschwein Der Kurskorrektur. nachdem sie dort sehen wurde in Zukunft sie wird in der Zukunft Dann haben wir das geschafft. Was brauchen wir jetzt noch? Glas. Seek Fluid. Intake immediately. Nicht wegtablich. So war es. So war es. So war es. Wurz. Wie verlieben. Wie. bei superbleib bei hier schon mal nirgends aber hier hätten wir hochgekommen sooo da war das gerade noch an da da dann brauchen wir ja immer das klaus dann müssen wir hier rein dann brauchen wir ja das hier Lithium, aber den hatten wir schon irgendwo ne den hat den, den hat den, den hat den wird doch schon den hat den, den hat den da war ich der Meinung und das wird dann schon ab oder auch nicht, hier war bloß Wasser dann eben ne davon brauchst du wahrscheinlich zwei das soll ja nicht das blöde sein jetzt hätten wir diese damit unsere selber nun ein paar stücken damit Da müssen wir jetzt 300 Meter Das bedeutet jetzt Da ist ein Bauchdruck Hier haben wir ein Seebahndruck Hier haben wir den Unten da oben Da soll ich auch noch die Actionräume Was wir deuten tun Wir legen erstmal die Diamanten hier ab Guck mal hier rein Hier haben wir noch den Torn Das kann weg Das kann man mitnehmen Die Torn So Äh Dann hier weg Das kann man mitnehmen Große Weg Äh ja Jetzt hätten wir noch ein bisschen Glas Was wir mitnehmen könnten Eventuell Motivationsbooster Okay Von mir aus So So Da haben wir eigentlich schon eine Dings Da Außenbeckenkasten Geil Da haben wir eine Tür Haben wir eine Tür Wir müssen eine Tür haben Ja Jo Reaktor Wärmekraftwerk Aber wo ist die Tür? Kann es sein Kann es sein dass wir erst Durch müssen nochmal In die Türen Ah Wurschen 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 Das wäre echt nicht so nice Und hier machen wir auch schnell noch durch Anlage da zur Station So eine Felder So eine Hebronne Die anderen Audio Sprüllen Ja Sicht ausmachen Nichts Ich bin einig Ich bin einig Wesen Ich bin einig Ich bin einig Geh mir nicht auf den Sack, wenn du kleidest, äh, du kleidest. So, Anleger. Legen wir mal an. Gut, dann müssen wir mal hier hochrennen. So ein Innenpflanzbecken kann man auch gebrauchen. Dann soll so ein Spot ins Gesicht. So, ja, ich will schon mal kurz mitnehmen, ja, weil... Äh, wo waren wir da, Timo? Oh... Müssen wir hinten lang gegangen sein, ne? Ja, schlappiert wurscht. Also, die Völkern haben wir doch gar nicht geschafft. Ja. Warte, du kannst ihn ja nicht kennen. Das soll wohl heißen, nein. Ich hatte das nämlich schon probiert. So, das ging nicht. Das ging 0,9. Nicht, 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 nicht. Das ging einfach nicht. Ich weiß nicht, dass er ist. Wurscht ihn doch nie bauen oder was auch noch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber hier musst du hochbauen. Liege ich da falsch? Oder macht man das heutzutage nicht mehr mit Türen? Kann man einfach durchbauen? Kann das sein? Kann das sein? Was ist das Ding? Innen... Module... Module... Innenmodule? Na ja, man kann das Türen... Ja, ok. Aber wo ist die Tür? gesteckt wenn es doch ihr wort das ich trottel luken weil ich davon ausgegangen bin haben wir das eben jetzt erst mal so herausgefunden Zeit verknallt aber wir haben es herausgefunden so dann tauchen wir auf der Rappen Einfach mal hier herablaufen, um zu wissen, wie weit es herunter geht. Hier geht es ja noch in das andere Büro. Hier unten ist ja hier der Tintenfisch-Oktopus oder wie der ist. Hier wollen wir noch hin. Ja, ich bin ja schon unterwegs wieder zurück. Ich bin die Nuggets. Sie müssen uns ein bisschen anschreien müssen. Wenn ja, dann ist es ja in Ordnung und so, aber... ...ne, nicht in diesen Türlen. Aber doch, warum? Aber wo fahren wir unser Base hier? Oder fahren wir es überhaupt hierher? Soll ich mir... Ich finde sie eigentlich schon ganz niedlich. Hm. Was ist jetzt die Frau oder Frau? Ja. 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 Andererseits ist es hier auch nicht so überwiegend. Und wenn du siehst. Na ja. Wir suchen uns mal unsere Base beim nächsten Mal. Und dann danke fürs meine Weinen sehen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Was? Ich wünsche euch was. Tüüüü. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mit V und... Ja. Ciao